Heyo, hier ist Ranja und in diesem Roblox Brookhaven Video werden wir für 100 Tage lang der Schulleiter von der Brookhaven High School werden. Wenn ihr neue Seiten uns noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Ein weiterer Tag hier in der Schule, es ist 7 Uhr morgens, ich bin richtig pünktlich, aber ich hab gar keine Lust auf Englisch. Das ist so ein anstrengendes Fach, wir schreiben auch bald schon wieder eine Klausur und ich hab noch überhaupt nichts gelernt. Na gut, kommt Zeit, kommt Rat, ich bin mal wieder die Letzte. Guten Morgen! Guten Morgen, Ronja! Entschuldigung, dass ich etwas zu spät, obwohl ich bin gar nicht zu spät, es ist erst 7.30 Uhr, ich würde sagen, ich bin sogar recht pünktlich. Was gibt's denn heute? Ich habe eine große Ankündigung für euch. Das ist wahrscheinlich wegen der Klausur, die wir jetzt schreiben sollen. Ja, ja, es wird super schwer wieder, wir machen eine 2-Stunden-Klausur, es kommt doch alles immer das Gleiche raus. Ab morgen ist unser Direktor nicht mehr in der Schule. Oh, warte, es geht gar nicht um die Klausur? Yay, keine Regeln! Äh, warte, der Direktor ist weg? Wieso ist der Direktor weg? Muss ja nicht hier arbeiten, ist das nicht irgendwo seine Schule? Das bedeutet nicht, dass es keine Regeln gibt, Jake. Ach, eben, ach, das muss man doch wissen. Naja gut, äh, was bedeutet das denn dann? Äh, wurde leider entlassen. Nun suchen wir nach einem neuen Direktor. Okay, das könnte jetzt eine wirklich, wirklich verrückte Idee werden, aber was ist, wenn ich Direktor werde? Ich denke, ich könnte das. Und ich, äh, kenne die Schule schon. Ey, Frau Lehrerin, können sich auch Schüler bewerben für die Rolle? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Aber wieso nicht? Frag einfach mal bei der Anmeldung nach. Okay, oh mein Gott, Leute, dann bin ich jetzt der neue Direktor von der Brookhaven-Schule. Äh, bis später, Leute. Ich muss keinen Englisch-Unterricht mehr machen, denn ich bin jetzt der Direktor. Okay, ähm, ciao, ciao, ähm, Frau Lehrerin, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne einfach in mein Büro. Wir sehen uns dann da. Okay, ich bin jetzt einfach der Direktor. So, dann gehe ich natürlich auch erstmal in meinen angemessenen Arbeitsbereich. Hier wohnt der Hausmeister, keine Schüler erlaubt. Aber ich bin jetzt gar kein Schüler mehr, das heißt, ich darf da rein, denn ich bin der Direktor. Ich würde schon immer wissen, was er hier drinnen lagert. Boxen, boxen, boxen und... Oh mein Gott, der Hausmeister lagert hier richtig viel Geld. Okay, ähm, das ist jetzt aber meins, weil ich bin der Direktor, ich darf das konfiszieren. Und er hat sich hier aufgeschrieben, macht die Toiletten sauber, Punkt, Punkt, Punkt. Na ja, gut. Aber hier ist natürlich mein eigentliches Büro, weil hier ist das Schulleiterbüro von, äh, mir, dem Schulleiter. Da kann ich jetzt sitzen auf meinem eigenen Bürostuhl, an meinem eigenen PC. Und was macht man so als Schulleiter? Wahrscheinlich einfach irgendwelche Regeln. Na ja, mal gucken, wenn die Leute Probleme haben, werden sie schon zu mir kommen. Oh, warte, ich, äh, sehe ja gar nicht aus wie ein Direktor. Ich habe da natürlich auch hier im Schrank, ist sicher ein Direktor-Outfit. Ah, schon viel besser. Oh, so sehe ich richtig seriös aus. Okay. Oh, herein. Äh, Ronja, ich meine Frau Direktor. Äh, ja. Was, ähm, was kann ich für dich tun, Frau Englischlehrerin? Äh, könntest du mir bitte die Englischklausur absegnen? Ah, die Englischklausur also. Na klar. Hm, die sieht soweit ganz in Ordnung aus. Und, ähm, das ist jetzt halt nur der Klausurbogen. Es wäre ganz wichtig, dass auch in der Zukunft du mir die Antworten gibst, weil ich kann halt an den Antworten nur erkennen, ob das eine gute Klausur ist oder nicht. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich. Aber dann, dann hast du doch... Naja, egal, mache ich. Hey, ich bin der Direktor. Ich mache die Regeln. Ja, ja, ich reiche die Antworten demnächst nach. Ah, nachreichen ist leider nicht drin. Tut mir leid. Äh, die Klausur ist ja schon diesen Montag. Ich brauche natürlich auch noch das Wochenende, um die mir zu merken, ähm, um die halt zu überprüfen. Okay, dann gebe ich sie dir morgen. Alles klar. Dann, ähm, bist du entlassen. Vielen Dank für deinen Input. Oh mein Gott, wie cool. Ich kann mir jetzt einfach immer die Klausurergebnisse geben lassen. Ich kriege nur noch eins in hier in der Schule. Direktor sein ist so cool. Oh, äh, was ist denn hier los? Hier sind irgendwelche gruseligen Leute. Und Jason, der Killer, steht vor dem Fenster. Ist das was, was man als Direktor machen soll? Vielleicht traf ich mal kurz die Polizei. Ähm, hallo, Polizei. Ja, ja, hier ist der Direktor von der Brookhaven-Schule. Wir haben hier eine Situation. Wäre voll cool, wenn ihr vorbeikommen könntet. Dankeschön. Puh, okay, ich denke, das habe ich eigentlich ganz gut gemanagt. So, dann kommen wir wieder zu wichtigeren Themen. Hm, die Schulzeiten. Weil die kommen mir gerade zu lang vor. Ähm, mit wem muss ich denn da sprechen? Ich meine, ich bin der Direktor. Vielleicht schreibe ich einfach eine Rundmail. Die Schulzeiten sind von nun an wie folgt. Zwölf Uhr bis zwei Uhr. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Äh, viele Grüße, der Direktor. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt nämlich nur noch zwei Stunden die Woche in die Schule. Und die anderen Schüler auch. Ich glaube, die können sich bei mir bedanken. Ich hoffe, da sind die anderen Schüler auch zufrieden mit. Und die Lehrer sollte es ja eigentlich auch nicht stören. Denn die haben ja dann schließlich auch mehr Freizeit. Oh, ja, bitte? Frau Direktor. Oh, äh, wenn das nicht unsere liebe Cafeteria-Chefin ist. Was gibt's denn? Wie kann ich helfen? Ich bin hier, um den neuen gesunden Essensplan zu besprechen. Äh, den neuen gesunden Essensplan? Was... Ähm, was ist da gerade so in Arbeit? Naja, es gibt jeden zweiten Tag Salat und sonst viel Obst und Gemüse. Äh, ja, 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 verstehe. Das muss ein Missverständnis sein. Vielleicht hat der alte Direktor da irgendwie was verbockt. Aber jetzt ist doch eigentlich Pizza-Woche mit jedem Tag einer neuen Pizza. Wir fangen an mit Pizza Hawaii, dann geht's weiter mit Pizza Prosciutto, dann machen wir Pilz-Pizza, vier Käse-Pizza und zur Guteilheit ist die beste Pizza von allen und zwar nochmal Pizza Hawaii. Aber sind sie sicher? Na klar, wer liebt keine Pizza? Hier, sagen sie das ihrem Angestellten, der macht das. Na gut, wenn die das sagen. Ja, ja, äh, kümmert euch ruhig rum. Es ist aber auch schon wieder dunkel draußen. Ich glaube, ich hau mich jetzt erstmal auf die Ohren. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Heute ist der Tag von der Englisch-Klausur, aber ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, weil ich als Direktor habe natürlich die ganzen Antworten bekommen, habe die auswendig gelernt und bin jetzt bestens vorbereitet. Guten Tag, Frau Lehrerin, äh, da sind wir wieder. Zack, ich bin bereit für die Klausur. Hallo, Frau Direktor. Äh, äh, Ronja? Äh, na gut. Ich glaube, ich war noch nie so gut vorbereitet für irgendeine Arbeit in meinem Leben. Oh, oh, hier ist schon, ähm, mein kleiner Zettel. Oh, 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 das sieht super einfach aus. Ihr habt eine Stunde Zeit. Los geht's. Oh, das wird super easy. Okay, hier A, hier B, B, C, 15, äh, 23 und, uh, das war die Textaufgabe, aber das habe ich mir auch gemerkt. So, perfekt, ich bin fertig. Ich kann schon mal abgeben. Hier, bitteschön. Und dann, äh, finden Sie mich natürlich wieder in meinem Office, weil ich, äh, habe ja natürlich noch andere Jobs. Ich kann nicht den ganzen Tag nur Schüler sein. Ich bin schließlich der Direktor dieser Schule. Frau Direktor? Frau Sportlehrerin, was wollen Sie denn hier? Gibt's hier Probleme? Ja, Sie hatten ja eine E-Mail wegen dem neuen Sportunterricht ausgeschickt. Ja, ganz genau. Gibt's da irgendwelche Fragen? Sind Sie sicher, dass Sie alles zu Eislaufen umwandeln wollen? Ähm, ja. Ja, doch, 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 da bin ich mir sicher. Ich hab gestern noch eine E-Mail geschickt und hab gesagt, ich möchte komplett den Sportunterricht ersetzen. Wir gehen jetzt immer in die Schlittschuhhalle. Ich liebe Eislaufen, aber das ist immer so eine teure Sache, wenn man das privat mit Freunden macht. Aber, keine Ahnung, dann kann ich auch meine Schulzeit dafür nutzen, dann können wir Eislaufen gehen. Aber das wird doch irgendwann langweilig, oder? Ja, also, wenn's langweilig wird, dann melde ich mich bei Ihnen. Ich hab da auch noch einige Ideen bezüglich des Trampolin-Parks. Okay, ich denke, Eislaufen ist mal genug. Okay, gut, dann, ähm, haben wir das hier geklärt. Dann können Sie weiter Ihrem Job nachgehen. Bis nachher im Sportunterricht. Ja, ich muss weiter. Wie cool, als Direktor kann man einfach alles bestimmen. Ich liebe meinen neuen Job. Frau Ronja? Ja, ja, hier, hier, ich bin's. Ey, setzen Sie sich nicht einfach auf meinen Direktorsessel. Wer sind Sie überhaupt? Der kommt auch einfach rein, ohne zu klopfen. Es ist, als würde er überhaupt nicht respektieren, dass ich der Schuldirektor hier bin. Ich hab einige Beschwerden erhalten. Okay, der sieht auch richtig wütend aus. Wer sind Sie? Äh, ich bin der neue Direktor dieser Schule. Entschuldigung, neuer Direktor? Ich bin der Direktor. Und Sie sind gefeuert. Was? Gefeuert? Wieso das denn? Es haben sich viele Eltern und Lehrer beschwert. Jeden Tag Pizza? Nur Eislaufen? Kaum Unterricht? So geht es nicht. Ah, okay, ich seh, dass ich vielleicht ein bisschen überambitioniert war. Aber ich wollte doch nur das Beste für die Schüler. Und, äh, für mich. Gehen Sie nun wieder zurück in den Unterricht. Oh Mann, na gut, das war ein guter Run als Direktor. Ich schätze mal, ich hab's verdient. Immerhin hab ich jetzt gute Klausuren geschrieben für die Zeit, in der ich noch Direktor war. Die sollten jetzt alle bald reinkommen. Das sollte eine Eins nach der nächsten werden. Direktor und Schüler sein ist mir auch ein bisschen zu stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten muss. So Leute, das war's dann aber mit dieser Folge Roblox Brookhaven. 100 Tage als Schulleiter. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, welche Regel ihr umgesetzt hättet, wenn ihr Direktor an eurer Schule seid. Und dann klickt auf den Screen, denn dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!